Hallo zu diesem weiteren Video aus der Serie Mathematische Schnellkrafttraining. Hier mit einer Aufgabe, bei dem du entscheiden sollst, welche der vier angegebenen Funktionen eine ganz rationale Funktion ist. Vielleicht fälst du das Video kurz an, versuchst die Aufgabe selbst zu lösen, bevor du dann meine Musterlösung anguckst. Okay, ganz rationale Funktionen haben ja die allgemeine Struktur, dass man sie als eine Summe von Potenzfunktionen angeben kann, wobei die Exponenten von x natürliche Zahlen sind. Außerdem sind ganz rationale Funktionen für alle x-Werte definiert, das heißt, der Definitionsbereich ist die Menge der reellen Zahlen. Wenn wir jetzt unsere vier Funktionen betrachten, sehen die ja auf den ersten Blick gar nicht so aus. Es könnte ja sein, dass die sich durch ein bisschen algebraische Umformung in diese Form überführen lassen. Und darin könnte natürlich der Clou der Aufgabe bestehen. Aber was man bei solchen Aufgaben am besten immer direkt zu Anfang macht, ist, dass man sich den Definitionsbereich anguckt. Und wenn wir das machen, dann sehen wir doch sofort, dass die Funktion 1 im Nenner hier x stehen hat, die Funktion 2 auch. Das heißt, für x gleich 0 wären diese beiden Funktionen gar nicht definiert. Sie haben also eine Einschränkung des Definitionsbereichs. D ist jeweils R ohne 0. Und damit scheiden diese beiden Funktionen sofort aus. Oft wird bei Funktionen wie hier g von x der Fehler gemacht, dass man so guckt und sagt, 4x plus x hoch 3 geteilt durch x, da kann ich das x kürzen. Das würde ja 4 plus x Quadrat liefern. Und 4 plus x Quadrat hätte ja die Struktur einer ganz rationalen Funktion. Das stimmt, aber wie gesagt, unsere Funktion hier, g von x, hat eine Einschränkung des Definitionsbereichs, so wie die Funktion hier steht. Und von daher kann man sie sofort als ganz rationale Funktion ausschließen. Bei den Funktionen 3 und 4 sehen wir, dass der Nenner nie 0 werden kann. x Quadrat plus 4 ist ja im Prinzip, wenn man das als Funktion sich denkt, eine nach oben geöffnete Parabel, die um 4 Einheiten nach oben verschoben ist, hier um eine Einheit nach oben verschoben ist, aber hier gibt es keine Nullstellen. Das heißt, es gibt hier keine Einschränkung des Definitionsbereichs. Das heißt, die Funktionen 3 und 4 sind potenzielle ganz rationale Funktionen. Wir müssen also gucken, ob wir diese Funktionsterme in diese Struktur einer ganz rationalen Funktion umwandeln können. Bei k von x können wir schon durch Hingucken erkennen, dass man den Nennerterm als Faktor aus dem Zählerterm ausklammern kann. Zieht man nämlich ein x raus und multipliziert mit dem Nennerterm, dann sieht man, wenn man das jetzt wieder umgekehrt ausmultiplizieren würde, dann hätten wir x hoch 3 plus 4x und hier oben steht ja auch x hoch 3 plus 4x. Weil, wie gesagt, x Quadrat plus 4 nie Null werden kann, dürfen wir jetzt auch hier einfach kürzen und unser Bruch vereinfacht sich zu x. x ist natürlich eine ganz rationale Funktion. Der Exponent ist 1 und der Koeffizient ist ebenfalls 1. Damit haben wir schon mal gezeigt, dass die Funktion 3 tatsächlich eine ganz rationale Funktion ist. Letztlich jetzt die Funktion 4, L von x, auch in dieses Format einer ganz rationalen Funktion überführen. Hier haben wir jetzt nicht die Situation wie hier bei der Funktion 3, wo wir irgendwie was ausklammern können und dann kürzen können. Aber was uns doch vielleicht auffällt ist, dass hier oben steht x Quadrat plus 2, das ist ja 1 mehr als x Quadrat plus 1. Also können wir den Zähler auch so schreiben, das ist x Quadrat plus 1 plus 1. Jetzt können wir ein bisschen umarrangieren. Wir splitten diesen großen Bruch in zwei Brüche, wobei x Quadrat plus 1 im Nenner der Hauptnenner ist. Und dann packen wir hier auf den linken Bruch in den Zähler x Quadrat plus 1 und dann hier diese 1 hier mit plus 1 in diesen separaten Bruch. Jetzt sieht man, dass man hier kürzen kann, das ergibt 1. Aber hier haben wir noch einen Rest plus 1 geteilt durch x Quadrat plus 1 und die Funktion L lässt sich nicht als ganz rationale Funktion schreiben, sondern das ist eine gebrochen rationale Funktion. Übrigens, wenn du diesen Trick hier mit diesem Splitting des Bruchs nicht selbst erkannt hättest, hättest du natürlich auch eine Polynom-Division durchführen können, wobei du x Quadrat plus 2 geteilt durch x Quadrat plus 1 rechnen würdest und dann würdest du natürlich ebenfalls diese Darstellung hier erhalten. Okay, damit sind wir durch und wir haben gezeigt, dass nur die Funktion 3 eine ganz rationale Funktion ist. Bis zum nächsten Mal.